Wie ist denn noch die Berlin-Fahrt letztes Jahr? Da ist Sanko, da ist Jason, da ist Tim, da ist Kuka und da ist Furkan. Also es geht zwar diesmal wieder nach Berlin, aber mit einer anderen Schule. Das ist die sogenannte Welcome Week von der EGS Linden. Aber das sind jetzt nur so Feinheiten. Ich glaube, wir fangen gleich wieder los, deswegen. Also ich bin dieses Mal nicht so unvorbereitet wie letztes Mal. Das heißt, ich habe diesmal tatsächlich ein paar mehr Kameras organisiert. Wie zum Beispiel die kleine Hero 3. Ist leider nicht die Plus oder die 4 oder was auch immer. Nur die 3, aber die macht eigentlich auch ganz hübsche Bilder. Muss man ja mal so zugeben. Und ich werde mal gucken, was ich damit anfangen werde. Und ja, ich muss natürlich auch sagen, das einzige Grund, warum ich jetzt tatsächlich eine GoPro organisiert habe, ist, weil, naja, wer mein letztes Video gesehen hat mit der Kamera, was damit passiert ist und dass der Autofokus jetzt manchmal doch ein bisschen verrückt spielt, was es eigentlich noch geht zur Zeit, aber ich kann mich halt nicht mehr darauf verlassen. Deswegen habe ich mir halt schon eine neue Kamera organisiert, die jetzt aber noch ein bisschen dauert, bis sie ankommt. Deswegen habe ich mir jetzt die GoPro mitgenommen, so als Ersatz. Und... Oh mein Gott. Alles klar. Und direkt. Deine Schranktüren? Oh, was ist denn? Geil. Und Olli, was hältst du davon? Richtig scheiße. Ja, ich denke, das war's, dass ich photos yapt jetzt nicht. Oh, beleidigt. Ja, dann mache ich jetzt wieder. Du wststst. Oh,'s generouslyhon. Alle, die hier. Du wststst. Ein ich Phone-lesstuan, aber etwas, was meinetres? Jante sag Hallo. Wir sind schon behindert, ne? Ja, du bist behindert. Der Sinnesgast ist hier 15 Meter entfernt. Ja. Du, los, geh da hin und guck was man machen kann. Du kannst den Stift nehmen. So, wir müssen hier das hier machen. Heimweh. So, ein See. Was? Ein See. Irgendwas am See machen. Naja, okay. Was ist das denn da? Was ist das denn da? Was ist das denn da? Ja, was machst du da eigentlich? Ich will immer noch das Wasser auffüllen wie vorhin. Ja, ja. Okay. Video läuft. Eins, zwei, drei, zwei. Wow. Da war ja noch Blatt dabei. Das hat sich schon gelaufen. Ich will einfach rein, wenn die Hand so das Tier abgespritzt wird. Ja. Das müssen wir richtig randvoll machen. Aber erst essen jetzt. Ja. Schön. Dann können wir jetzt hier essen gehen. Zur Party. Ja, weißt du, wo die Tischtennis heim sind? Dahinter ist die Disco. Das ist die Disco? Ja, klar. Wir gehen in Disco. Alle gehen mal hin und essen ein paar Mädels da auch. Lass mal die Disco machen. Ja. Der See ist richtig. Okay, wie es hier gerade scheint, haben wir hier gerade eine kleine Notfallsituation. Hier draußen ist doch einer. Hier sind überall von Essen. Hier sind überall von Essen. Geh weg. Und zwar haben wir hier. Im Bad. Da. So ein fettes Stück von der Saisonschaft da. Ey, ich bin mal kurz. Da kann ich ihn weg. Da ist sie. Wo bist du? Ja. Okay. Die Frage ist. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Oh mein Gott! Ey! Mach die Tür! Die! Oh Mann! Mach die Tür zu! Wir haben keine Tür! Mann! Ali! Hier ist immer noch eine, ne? Ey, hier ist noch eine. Okay. Okay, die konnten wir an schon nach. Die ist da in der Dusche. Alter, was macht die da? Geh weg da! Ja, was? Komm her! Alter! Da unten ist oben! Da oben! Da ist die andere! Oh mein Gott! Das ist jetzt schon wie... Warte mal! Da müssen wir sogar nicht angehen. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Nein! Die Sache... Nein!